hallo liebe freunde da sind wir wieder zu einer neuen folge grünwald kriege wie kann es anders sein wir sind immer noch an unserem aufzeigen aber es war nur jede menge riesen kann man fertig sein dass wir noch mehr beschädigt aber so ist das eben in der landwirtschaft muss hat ihm noch ein paar tage dieselbe aber ist so schön dass man überhaupt mal was zu tun haben im winter war nix aber diesen nächsten winter werden wir ein bisschen mehr zu tun haben weil wir dann in den wald müssen wir können ich stehe mit einem winter kommen wir nicht hin Тals eine 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 wir sind So. Sind die Schwanen zu dick oder ist das okay so? Alles gut. Klima ist im Rest. Wunderbar. Wunderhübsch. Ach. Ach ja. Ach. 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 Ich glaube, die werden die Schwaden am allernächsten. Ich glaube, die Schwaden am besten. Ich glaube, die sind sehr hübsch. 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 Ich habe noch zwei Ballen auf diesem Feld und dann würde ich erst rüberkommen. Ich dachte, du wolltest liegen lassen für mich nachher. Nö, nö. Ich kann ja was anderes machen. Du kannst es ja alle aufladen. Ich kriege immer 22 Ballen mit, Jungs. Okay. Ja, das sind schon ein paar, ne? Ja. Das sind generell viele Ballen, die immer hier rauskriegen. Boah, die Stadt hat gut gedüngt, ne? Ja. Wissen Wagen hast du weg? Das ist jetzt der dritte. Bei der erste waren... Nee, der vierte. Einen haben wir ja schon abgegeben. Ja. Wir waren aber insgesamt vier Ballen weniger drauf. Bei den ersten beiden. Ja trotzdem. Es sind schon einige. In vier Nachtsballen ist schon einiges und liegen noch einige, ja? Die liegen ja noch. Bestimmt das doppelte Lied ja noch. Oder kommt ja noch dazu, ne? Ja. Und Heuballen, ja. Ja. Bisschen, wie viele Grasballen noch gibt. Wie viele Grasfelder hat es noch so... Gibt. Ich habe genau 99.000 Liter Gras bei mir. Raucht da doch nicht alles, Mensch. Keine Ahnung, das nicht. Wollt nicht, ja. Nee. Oh mein Gras. Gras. Daswar. Oh mein Gras. Okay. Vielen Dank. Auf jeden Fall geht das schon mal gut viel schneller wie mit dem Panschwader, ne? Ja. Wenn er jede Spur und jede zweite, dritte warten muss. Ja. Achso, mein Winkel musst du warten, stimmt, ne Quatsch. Du musst warten, bis die zweite aus der Vollkammer raus ist, ja stimmt, ja. Ja. Ja, ja, ja. 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 Die anderen hast du schon weg? Die Spar 0? Mhm. Ja. Ja. So viel langsamer wie ich. 13, 14, je nachdem. Du fahrend konntest nur 15 hier. Da passiert noch was liegen, was er nicht immer mitkriegt. Ja. 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 Denken! Ja. 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 Alle. Was passiert? Ich bin an die Ball gekommen. Egal. Warte, der Daniel ist viel aufregend drüber. Ja, ja. Wollt ihr schon so anstellen hier? Genau. Aber wünsche ihr oder was? Ich glaube, ihr legt's doch ja, ich fäll' ja drauf. Ja. Spätestens, wenn die Saison rum ist, ja. Ja. Müssen wir nur so im Kassenbad besprechen. Finanzministerin. Ja. Wenn's immer wieder da ist. Wenn's immer wieder da ist, ja. Aus ihrem, ähm, was auch immer. Es ist wie in der Freizeit. Flirt-Trip. Hm? Aus ihrem Flirt-Trip. Ja. Ich dachte schon, viel Trip. Nein. Das weiß ich nicht. Ich hoffe mal nicht. Ja. 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 Ich hab' ja Anyway. Ja. Nein. Das ist gut. Ich hab' das hier. Ja. 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 Also pass'n. Cool. Du willst ja sonst einen machen? Ja. Ja. Ja doch, keine Früchte machen. Nee. Die Schneidwerke sind auch kaputt. Ja. Dreschern, so. Ich weide nicht machen, aber keine. Ja. Kuhweide, ja. Eine Rinderweide. Ja. Aber ich glaub, die Stadt hat keine Rinder. Kann man einen Auftrag geben? Ja. Ob ich jetzt Bock hätte, auch noch dauernd den Rindern nachzulaufen, ich weiß nicht. Ich find, die sind im Stein ganz gut aufgehoben. Ja. Ja, natürlich biologisch besser, ich weiß. Ökologisch. Ökologisch, biologisch. Das ist traumhaft, ja. Ja. So. So denken die Leute heute. Ja, super drauf. Kann aber jetzt bezahlen, ne? Ja. Würden wir jetzt bezahlt bekommen, wäre kein Thema. Ja, genau. Hä? Obwohl, wirklich die Fläche hier wäre wirklich gut bedient als Rinderacker. Oder anpflanzen, Wald draußen. Ich weiß nicht. Weil die Stadt hat doch genug Räder hier, ne? Ja. Und dann noch mehr. Ich glaube, die Stadt hat so solche Probleme mit den Flächen, die sie hat, dass sie noch einen findet, der sie bewirtschaftet. Ich glaube, die Ballen tue ich alles, ähm, hier oben auf das gerade Feld legen, die Ballen. So. Wo die halt weglaufen. Ja. Ja. Obwohl, wenn ich weiß nicht genau, wie ich sagen, was ich noch brauche. Die sich auf und zu laden, das kannst du hier so einzeln ablegen. Ja. Das kriegen wir schon hin. Das ist nicht schlimm. Aber nee, da kann man noch fahren. Das ist nicht schlimm. Oh, oh, oh. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Getreidespeicher Oberhalb von unserem Hof Bis jetzt fertig Genau, hier bin ich jetzt fertig Fahr mal, dann komme ich schnell mal rüber Das ist aber auch nicht viel Ganz klein ist sie auch nicht Ja, so wie hier Ja, bisschen größer Genau So, dann bin ich später Ja Scheiße Dann haben wir ein Träumchen Wenn ihr mit uns reden wollt, kommt TeamSpeak vorbei Der Name steht in der Videobeschreibung Bis dahin, hau rein Tschüss